Hallo und herzlich willkommen heute zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch meine Top 5 Cydia Tweaks vorstellen. Es wird ein paar Kombos geben, d.h. so zwei Tweaks ineinander, weil die einfach gut zusammenpassen. Der erste Tweak nennt sich Winterboard und mit Winterboard könnt ihr euch ganz simpel erklärt einfach die Themes, die ihr über Cydia runterladet, auf euer iPhone installieren. Ich habe hier z.B. die Theme Icon oder wie man die ausspricht und es ist wirklich eine klasse Theme, die ist wirklich gut gemacht. Man hat hier ganz verschiedene Apps, z.B. hier die Einstellungen oder Game Center, Musik, Telefon, YouTube. Diese Apps, da fallen es am meisten auf. Aber nicht nur die Apps, sondern die Ordner sind auch im 2x2 Format. Der Ladestatus ändert sich, also wenn man das iPhone laden will, ändert sich das. Der Unlocker, also dieses Slide-to-Unlock-Dings ändert sich. Ja, die nächste Tweak heißt OXO und ich denke mal, es ist der eigentliche Grund, warum der J-Brick überhaupt entstanden ist. OXO verändert eure Multitask-Leiste, z.B. ihr seht hier eine kurze Vorschau von euren Apps, die gerade offen sind. Ja, dann könnt ihr durch Runterziehen die Apps schließen oder mit zwei Fingern kann man sie schließen oder man hält gedrückt und löscht alle. Dann hat man noch diese Musik-Leiste und ein paar Toggles oder Tuggles hier, um z.B. die Helligkeit 3G oder so was einschalten, ausschalten. Ja, die nächste Tweak, also der nächste Tweak heißt Dashboard X, damit könnt ihr euch ein paar Sachen von eurem Notification Center auf euer Homescreen holen. Z.B. die Wetter-App, die finde ich immer ganz schick, weil ich nicht gerne den Notification Center runterziehe für die Wetter-App. Ganz kurz erklärt, einfach gedrückt halten auf dem Homescreen, dann wackelt es, dann nochmal gedrückt halten, dann könnt ihr euch ein paar Sachen draufladen. Ja, hier seht ihr ein paar Einstellungen, die müsst ihr halt davor über Cydia runtergeladen haben, könnt ihr auch ganz einfach wieder löschen, wenn ihr X drückt. Das war's zu Dashboards X. Dashboard X, der nächste Tweak nennt sich InfiniDoc, damit könnt ihr euch im Doc so viele Apps, wie ihr wollt, einfügen und durch Scrolling eben diese verschiedenen Apps anschauen, weil die ja nicht auf einmal passen. Ähm, ja und mit dem Combo mit Springtomize 2 für iOS 5 und 6 könnt ihr auch noch diesen Coverflow-Effekt einschalten, wie bei iTunes mit eurer Musik und dann sieht es wirklich ziemlich cool aus. Ähm, ich denke mal, euch wird es auch gefallen, wie das aussieht. Wirklich eine super Animation, ich greife immer sehr gerne auf Twitter, Whatsapp, Musik, Cydia, auf viele Apps möchte ich sofort zugreifen können und deswegen habe ich gerne viele Apps in meinem Doc. Ja, die letzte Tweak oder der letzte Tweak nennt sich Barrel und ist einfach eines der banalsten Tweaks, die es gibt. Mit Barrel könnt ihr eure Seitenübergänge ändern, also diese Animation. Es ist ein Muss für jeden Jaybreak-Nutzer, ich denke mal, jeder, der Jaybreak nutzt, hat es auch auf seinem iPhone und wenn nicht, dann ladet es euch definitiv drauf. Es ist nicht groß, es ist nicht, ähm, es macht euer iPhone nicht langsamer, aber diese Animation gefällt einem wirklich. Über Barrel könnt ihr, ohne euer iPhone zu respringen, einfach diese Übergänge dauerhaft ändern, wie ihr wollt, random machen oder irgendwelche anderen. Und, ich weiß nicht, es ist wirklich klasse, ich hab das immer sehr gerne, so banal es auch ist, ist es für mich Platz 1, weil jeder, der Videos über Cydia Tweaks macht, wird euch Barrel irgendwann, äh, empfehlen, weil jeder hat es drauf. Es ist wirklich so. So, das war's auch schon zu meinen Top 5 Cydia Tweaks, schreibt mir doch hinter, lasst mir doch Kommentare, äh, welche eure Top 5 Cydia Tweaks sind, welche ihr noch habt, ob ich noch mehr kostenlose Tweaks machen sollte. Hinterlasst mir jeglichen Feedback, Daumen hoch, abonnieren, Kommentare, würde mich über alles freuen. Dann sehen wir uns mit den nächsten Videos. Ciao. Ciao.